1 Mach den lieber auf sich, ey. Ähm... Puschinki? Wird dabei wahrscheinlich schon Zimmer genommen sein. Lass mal Puschinki machen. Dann mach mal die oberen Ecke, oder? Oder hier so auf der Seite einfach. Raus, oder? Wenn der rechte Flänkeflügel... Ja, los. Oh, ist mir noch mehr rausgekommen. Naja, aber fliegen vielleicht nicht alle nach Puschinki. Naja, klar. Ich hab immer noch den Pfeil im Kopf. Zwei sogar. Ich hab zwei Pfeile. Links von mir sitzt genau eine. Ja. Na dann lass mal noch um uns schneiden. Wieso ist okay? Wir holen uns den, dann ist gut. So wie die Runden davor auch. Oder rechts, rechts sind die kleinen Häuser da. In die roten? Ja. Oh Gott, guck mal nach links. Oh ne Robin, genau bei dir geht auch einer runter. Ja. Aber wir müssen jetzt da hin. Also ich komm auf jeden Fall als erstes an hier. Ich glaub er ist abgedreht. Ich hab immer noch die Pfeile im Kopf, Alter, wie das aussieht. Wo ist hier der Eingang? Wir haben schon ein Spiel. Sieht so geil aus. Mir aber friske. Also den Boychat, mach den echt aus. Kennst du? Ja, ja. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich mach den mal für ne Sekunde an. Ja, ja. Genau. Hau ein Bäh. Nur N-Wörter. Komm schon, gib mir ne Waffe, Spiel. Jetzt hab ich nen Helm auf und selbst in dem Helm stecken die noch drin. Oh, wieso ist denn hier nirgends was? Philipp, wo bist du? Ich bin hier in so nem Haus neben anderem. Ich bin hier in so nem Haus neben anderem. Ne Crowbar. Oh, geil. Ne Crowbar und ne Machete. Ah, hier ist noch ne Ozi. Krass, Alter. Das ist schon teilweise echt übel mit dem Loot, Alter. Das ist schon fast ein bisschen zu unfair. Aber wir sind immerhin in der Zone. Wir sind noch zwei Stufe 1 Helme. Ich hab einen. Ist hier auch nix zum Ballern in dem Haus? Oder ein Rucksack? Ne, bist hier noch nicht. Hier oben ist ne Piste. Ich hab ne Ozi, aber ich bräuchte nen Rucksack. Na, das lag hier kein Rucksack oben? Gar nichts? Nichts? Nada? Niente? Komm, los weiter. Wir gehen hier Richtung Norden. No. Ah, da müssen wir bloß aufpassen jetzt, ja. Wir sind alle in der Stadt, ne? Die sind alle noch mit Looten beruflich. Und die müssen auch vorsichtig sein, weil da so wie gelandet sind. Hm. Jonas, du bist gar nicht bei Twitch eingeloggt. Verdienst dir keine Tacken. Ja. Ich weiß mein Passwort nicht. Ist da auch kein Rucksack in dem Haus hier? Doch, ein Level 1 Rucksack. Oh, nice. Oh, ich hab' beschossen. Oh nein. Dann komm, schnell weiter. Was ist das? Ja, hinterher. Ja, ich seh's, aber... Aus der Stadt. Boah, wenn jetzt da... Oh Gott. Der schießt auf mich. Immer noch? Ganz nicht mehr, ne? Oh, wollen wir in den Bunker rein? Oh ne, jetzt halt auch nicht mehr. Dann nicht. Mir lass gar nicht hier rechts runter, oder? Ne, jetzt sind auch die fetten Häuser. Ja, nur weil da sind mehr und der Drop. Und von der Garage könnte man die alle gut platt machen. Könnte man die entsprechenden Waffen dafür hätte. Ja, dann kriegen wir jetzt einen in den Haufen. Hier ist noch ne UMP. Ja, ich glaub die würde ich erst mal mitnehmen. Liegt auf dem Tisch in der Mitte. Boah, was ist denn das, Alter? Boah, was ist denn das, Alter? Schufe zwei Weste hier oben. Nice. Im kleinen Räumchen da rechts. Hier ist noch ein Level 2 Rucksack. Umfassbar. Umfassbar. Level 1 Weste hier oben. Ganz auf dem Dach oben. Okay, weiter. Aus dem Shelter, oder? Mhm. Da wirst du gleich Richtung Wasserstatt gehen. Na, lass erstmal noch hier rein. Wir sind ja noch in der Zone, alles schick. Wir können ja auch warten und wir von... Ja. Ihr könnt, wir wollen nicht die entfernen, auch ein Blatt ohne Wasserstattement surgery. Okay. Wir probieren die Abenteuerung. Wir wollen das, was der Kwauchter. Wir müssen die Abenteuern hier so untertrennen, dass es uns jetzt gut verlebt. Ja, ja. Wir haben eine Abenteuern, das ich jetzt nicht in dieser Verzichte. Wir müssen hier zum Beispiel an, ich hab für unsere Abenteuerung. Wir müssen hier etwas zu einer Abenteuern, Alter, hier liegt noch ne Vektor zur Not. Braucht jemand 7.6.2er Ammo? Ich nehm die Vektor erstmal mit dir. Ja, nehm mal mit rum. Ich nehm die Ammo mit dir. Hab ich. Ich hab die Vektor auch reingepackt hier. Ja wunderbar. Ich hab hier noch nen Zweifachscope. Oh gerne. Kommt was. Ich hab die Vektor auch reingepackt. Mann, das gibt's doch nicht. Die Vektor liegt jetzt hier. Ich hab ja ne UMP. Ich hab ne Mini. Hat jemand noch nen Scope üblich? Ja, zweifach. Ja, nehm ich für die Mini. Ne, ich nehm mal hier nen Vierer. Ich nehm das Zweier. Ja. Ich hab noch nen Kompensator für ne AR. Kannst du den mal brauchen? Äh, passt das auf ne Umfeld? Ne, ne? Ne. Achtung, Scope kommt. Hier. Philipp hier, Scope. Ja. Und ich hab noch 7.6.2er Ammo für irgendeinen von euch. Ich möchte noch nicht auf hier. Ja, ja. Geh wo lang? Na, ich muss mir doch erstmal die Zone abwarten. Erstmal auf den Berg hier rüber. Lass mal die Zone kurz warten, dann entscheiden wir wo's lang geht. In dem Gebäude hier? Mhm. Ja, in dem Gebäude ist eigentlich ganz schön eklig. Ja, wenn einer kommt, hören wir's. Und sehen's vor allem. Ich check den Tower da vorne, ja? Mhm. Bapp, 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 bapp. Na, hier ging's aber echt gut ab. Überall bei uns. Oh, witz doch. Oh, ok. Also Richtung, naja, Rostock, Ruinen, Brücke, irgendwie da so erstmal. Ja, ich würde auch sagen über die Brücke und dann irgendwie hier hoch oder so. Go, go, go. Aber Brücke warten doch immer Leute. Na dann lass jetzt hier gerade ausgehen und über das Wasser, oder? Ja. Lass mal die Waffen einstecken. Und Philipp, eh, John, ey, Friske, geh mal aufrecht. Aufrecht bist du stehen. Da läuft einer auf der Wiese, direkt vor uns. Äh, rechts von uns. Was? Auf 70, 70, 75. Vor der Schule. Schießt auf mich. Boah, sag das doch vor der Schule. Entdeckung hinter dem Hügel hier. Ja, an der Mauer, an der Mauer. Boah. Boah. Alter. Komm, Friske, das schaffst du. Hinter dem Hügel. Geh hinter dem Hügel. Alter. Ich weiß nicht wie, aber ich hab's ohne. Kommt noch woanders was. Kommt los rüber zu. Da läuft, da läuft immer noch einer. Auf, äh, Osten 100. Zwischen Osten und 100. Ja, der ist auch folglich. Mehrfach getroffen. Ist für ein Auto irgendwo. Wo kommt das her? Shit, ich kann hier grad nicht weg, ey. Auf 100, wo ist denn? Auf 100 hast du gesagt. Ja, ja. Obwohl jetzt kann ich weg. Oh, ne, 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 scheiße, scheiße, scheiße. Ich geb die Feuer der Grumoser. Auf mal noch, immer noch da. Auf hinter mir 100. Fuck, 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 fuck. Ich krieg was ab. Ich seh'n mich. Du musst weiter, geht's. Ja, ja, ja. Das Auto ist auf 280 oder so. Oh, ja, der kommt auf mich zu. Der kommt direkt auf mich zu. Pass auf. Er ist an mir vorbei. Hat mich nicht überfahren. Dreht aber um. Der kommt zurück. Ne, jetzt fährt er weg. Okay. Ja, er fährt zur Brücke. Jesus Christ. Okay, los. Weiter geht's. Aber nichts Wasser statt, oder? Oh, scheiße, schon wieder Schüsse. What the fuck. Wo gehen wir jetzt hin? Lass erstmal. Ich muss mich auch irgendwo verbinden dann noch. Ich auch. Ich auch. Warte Philipp, ich muss mich mal kurz klar machen wieder. Nein, mach das. Oh, ich hab nur Bandages. Spass. Scheiße. Für drei Helme hab ich gefunden. Nein. Dann hab ich schon alles gelootet. Hm. Wart ihr das mit dem Fenster? Da oben auf dem Dach läuft einer. Ja. Ja. Ja, der Haus, da oben nach dem Dach laufen sie. Welches Dach? Welches Dach? Welches Dach? Wird jetzt in dem Haus vor mir. Ja, ja. an dem haus an dem ich hier lang laufe in dem grauen ist doppelstöckiger ich habe ihn ausgenockt ich bin über die fichte alles gut hinter uns steht ein motorrad drinnen das ist ja witzig habe er gesehen hier ist er oh shit auf dem balkon an dem haus auf 120 neben mir sitzt einer einer ist down wo ist denn der andere der andere ist auf dem balkon hier ich gucke auf 120 zwischen robin und mir in dem haus obwohl ich sehe ihn nicht mehr ich bin mir sicher ob er noch da ist woanders hin fuck philipp hier hinter dir wo 160 er hat eine granate auf mich geworfen bei dem haus wo das was wie konnte die mich treffen in dem haus wo das motorrad drinnen steht in der nähe ok weiß ich nicht wo das ist ja ja ich weiß noch zwischen uns jetzt oh nein oh nein hinter mir hinter mir ich hole ihn da in der ecke bei 100 komm zu mir komm zu mir ich bin in sicherheit jetzt kommt er ja ich hole ihn fuck man seine pisse ich sehe ihn nicht wo ist er wo ist er wie soll man das beschreiben zwischen den zwei häusern da wo philipp liegt in der nähe genau hinter der mauer wo philipp liegt philipp lass dich nicht sehen oh ne scheiße ja gut der ist genau bei unseren leichen da jetzt ja den looten uns gerade ist er noch bei euch? können wir nicht mehr sehen also ich vor allem ist mit dem motorrad weg ja geh hin jetzt sinds da jetzt sinds da weg ja ist weg alles klar oh da ist ein jet ski jet ski ne ich bin jetzt auch fertig ha na kommen 29 leute noch ja habt ihr hier noch irgendwas das ich holen kann kennt die brücke ey boah guck mal die ganzen kels an der brücke hehehe alter krass wie viel er lang fährt unfassbar ja perfekt du kannst genommen ein boot mit dem jet ski hinfahren beim fliegen prob jetzt mit dem mit dem die mit dem und der alles